Mehr Gewicht drücken, besser Muskeln aufbauen und auch noch entscheiden, welche Muskeln beim Bankdrücken mal mehr oder mal weniger belastet werden. Und damit willkommen zu einem neuen Video. Heute kümmern wir uns um das gute alte Bankdrücken. Und zwar existieren auf der einen Seite super viele Mythen, die dich davon abhalten, das Beste aus dir rauszuholen. Und auf der anderen Seite existieren super viele Feinheiten, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Besonders der letzte Punkt ist ultra wichtig, also sit back, relax und viel Spaß mit diesem Video. Fangen wir auch direkt an mit der richtigen Technik. Und zwar, wenn du den ersten Punkt jetzt beherzigst, dann hast du eigentlich ganz viele verschiedene wichtige Punkte gleichzeitig abgefrühstückt. Und zwar, du willst für maximale Stabilität sorgen, deswegen die Beine richtig fest in den Boden reinrammen. Und Punkt Nummer zwei, du möchtest einen vollen Kontakt von deinem Nacken mit der Bank erzeugen. Also im Prinzip flach auf der Bank mit deinem Hals, mit deinem Nacken aufliegen. Denn dann sorgst du dafür, dass deine Schultern nach hinten und nach unten gehalten werden. Und genau so willst du eigentlich drücken. Also ganz egal, ob du nach unten wanderst mit der Langantel oder eben nach oben. Du möchtest diesen vollen Nackenkontakt zur Bank nicht verlieren. Also Beine in den Boden rammen, Brust hoch und einen vollen Nackenkontakt mit der Bank gewährleisten. Und dann hast du im Prinzip zwei verschiedene Optionen. Möchtest du maximal viel Gewicht bewegen, dann musst du die größtmögliche Brücke machen, die du eben erzeugen kannst. Denn dadurch reduziert sich die Range of Motion und dadurch kannst du natürlich mehr Gewicht bewegen. Aber wir wissen, dass gerade dieser Teil, wo der Muskel richtig stark gedehnt wird, dass dieser Teil extrem stimulativ ist. Und wenn du sagst, jo, ich möchte aber mit dem Bankdrücken maximal viel Muskeln aufbauen, dann würde ich mit der Brücke nicht übertreiben, sondern einfach nur so viel machen. Also so eine starke Brücke machen, sodass du einfach maximal stabil drücken kannst. Und that's it, also nicht irgendwelche Gymnastikübungen machen. Hilft, wenn man maximal viel drücken möchte, aber nicht unbedingt, wenn man den besten möglichen Reiz setzen will. Nächster Punkt und zwar, wie breit sollte man greifen? Leni, wie breit sollte man greifen? Man herausfindet. Richtig, es hängt nämlich von zwei verschiedenen Faktoren ab. Zum einen, was ist dein Ziel? Möchtest du eher deinen Trizeps trainieren oder was auch immer? Dazu später mehr. Aber Punkt Nummer zwei, mindestens genauso wichtig, hängt es auch sehr stark von deiner Genetik, also von deiner Veranlagung besser gesagt ab. Und ich würde dir einfach den Rat geben, greif erstmal ein bisschen breiter als Schulter breit und probier es aus. Also es gibt Leute, die sagen, jo, wenn ich jetzt sehr breit greife oder was auch immer, dann spüre ich es irgendwie nur in meiner Schulter. Wenn das der Fall ist, ja, dann ist der Griff nichts für dich. Wenn du aber merkst, okay, das ist genau der perfekte Griff, ich kann meine Brust richtig gut dehnen, ich spüre meine Brustmuskulatur richtig gut, ich bekomme einen richtig guten Pump oder was auch immer, dann weißt du, für deine Anatomie ist das wahrscheinlich der beste Griff. Wie gesagt, herum experimentieren und ein bisschen breiter als Schulter, breit als Startpunkt quasi anvisieren. Im Prinzip gibt es nur eine einzige Regel und zwar, deine Unterarme dürfen nicht nach innen kippen, denn dadurch erzeugst du sehr viel Beugung und natürlich auch Streckung im Ellbogengelenk und das wiederum macht der Trizeps. Und wie ich eben schon gesagt habe, ist Stabilität super wichtig. Dementsprechend kurz vor dem herausheben, wir haben ja alle wichtigen Punkte bisher besprochen, tief Luft einatmen, die Brust maximal stolz machen, den Kontakt mit dem Nacken und der Bank haben wir auch besprochen, dann die Handelstange rausziehen und direkt über der Schulter starten. Das ist quasi deine Start- und Endposition. Du kommst immer wieder hierhin zurück, denn wenn du dahin zurückkommst, ja, dann machst du Rondheben mit sehr viel Gewicht. Würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen. Und von hier aus gehst du einfach nur nach unten und versuchst gleichzeitig mit der Brust nach oben zu wandern, quasi Richtung Handelstange zu gehen. Und wenn du den Kontakt mit der Brust erzeugt hast, ja, dann versuchst du gleichzeitig mit der Brust die Handelstange zu verfolgen, damit die Brust auch schön oben bleibt. Und genau aus dem gleichen Grund, warum du immer und immer wieder hierhin zurückkommen musst, sollte sich dein Ellbogen immer direkt unter der Handelstange befinden. Ansonsten erzeugst du ganz komische, fiese Momente um deine Schulter herum, kannst viel weniger Gewicht verwenden und wie gesagt, arbeitest nicht wirklich mit deiner Zielmuskulatur und deswegen immer schön Ellbogen direkt unter der Handelstange während des Drückens halten. Kommen wir mal zur ersten Feinheit und zwar grundlegend wird natürlich immer die gesamte Brust belastet. Wenn du aber sagst, jo, ich möchte ein bisschen mehr die obere Brust fokussieren, dann musst du weit unten ablegen, denn dann hast du deutlich mehr Schulterflexion und dann musst du auch ein bisschen enger greifen, damit das gut funktioniert. Du legst quasi Richtung Bauch ab, ja, und von hier aus kannst du dann quasi wieder ganz normal drücken, aber dadurch, dass du mit deinen Oberarmen näher zum Körper wandern musst, sorgst du dafür, dass die vordere Schulter und auch die obere Brust mehr Arbeit bewältigen muss. Nächste Feinheit und zwar, wenn du sagst, jo, du möchtest gerne deinen Trizeps mit dem Bankdrücken bestmöglich treffen, dann musst du tatsächlich eine Regel brechen und zwar die Regel, dass deine Ellbogen sich immer schön direkt unter der Handelstange befinden sollten. Also du gehst mit deinen Ellbogen nah zum Körper, aber legst weit oben ab, nicht weit unten und dadurch erzeugst du verdammt viel Beugung und auch Streckung im Ellbogengelenk und genau das macht der Trizeps. Ich kann es mal vormachen, mit einem Schulterbreit ungefähr greifen und dann quasi eine JM-Press draus machen. Bedeutet, Ellbogen wandern nach innen, die Stange wandert aber nicht nach unten und jetzt kann man es, glaube ich, sehen, man hat sauviel Beugung im Ellbogengelenk und wenn man von hier aus quasi wieder hoch drückt, ja, dann hat man eine verdammt krasse Trizepsübung am Start. Dritte Feinheit und zwar, wenn du sagst, du möchtest maximal viel Gewicht bewegen, dann kommt es tatsächlich auch sehr stark auf deine sogenannte Bar-Path an, also auf deine Handel, Stangen, Bewegung. Super einfach erklärt. Und zwar, wir haben ja diesen fixen Punkt und wir haben natürlich den Punkt auf der Brust. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Ja, vor allem nicht nur, wie kommen wir runter, sondern wie drücken wir auch hoch? Runter ist es ziemlich egal, fast schon, wie du da hinkommst, das ist quasi immer richtig, fast schon, aber wie kommst du eigentlich von hier nach da? Drückst du gleichmäßig da hin, ja, also quasi nach oben und gleichzeitig nach vorne oder drückst du erst nach vorne und dann nach oben oder machst du genau das Gegenteil? Also du drückst erst zum Kopf und wanderst dann nach vorne. Und tatsächlich ist der letzte Bar-Path der Bar-Path, mit dem du wahrscheinlich auch am meisten drücken kannst. Option Nummer eins, einfach runter auf die Brust, Kontakt und quasi erst nach oben und dann über die Schulter. Würde ich keinem empfehlen. Option Nummer zwei, runter auf die Brust, Kontakt mit der Brust, dann gleichmäßig hoch. Das ist mehr oder weniger so der klassische Druckweg oder wie auch immer. Und dann die Powerlifting-spezifische Variante auf die Brust, dann erst über die Schulter quasi und dann hoch. Punkt Nummer vier und zwar, was genau sollen wir mit den Schulterblättern machen? Und da herrscht auch sehr, sehr viel Verwirrung. Und zwar dadurch, dass du die Brust sowieso hoch schiebst und hoffentlich einen vollen Kontakt mit deinem Nacken und der Bank erzeugt hast, sind deine Schulterblätter ohnehin in einer sehr guten Position. Also zusammengezogen und nach unten gedrückt. Und grundlegend würde ich dir dann auch nochmal empfehlen, wenn du runter gehst, nochmal aktiv die Schulterblätter nach hinten zu ziehen, damit deine Brust richtig gut gedehnt wird. Und dann beim Hochdrücken lass sie ruhig ein bisschen arbeiten. Also wenn die Schulterblätter sich so ein bisschen lösen, dann ist es gar kein Problem. Wichtig wäre einfach nur, bei der Abwärtsbewegung die Schulterblätter nach hinten zu ziehen. Bevor wir zum fünften und wichtigsten Punkt kommen, wenn du die meiner Meinung nach besten Subs der Welt haben willst oder diesen Kanal hier supporten möchtest, dann findest du den Link in der Beschreibung www.evo-sportsfuel.de und mit dem Code ZEPT bekommst du wie gewohnt den allergrößten Rabatt. Also letzter Punkt, fünfter Punkt und zwar super wichtig, versuch deine Technik an deine individuelle Veranlagung zu individualisieren. Also anzupassen bedeutet, wenn dir irgendwer erzählt, du musst super eng drücken, ansonsten trainierst du nur deine Schultern. Schwachsinn. Also wenn du abgespreizt drückst, deine Brust richtig gut spürst und keine Probleme erzeugst in deinen Schultern, ja dann guess what, dann kannst du natürlich diese Technik nutzen, um deine Brust richtig hart zu attackieren. Und genau so gilt natürlich das andere. Wenn du eng drückst und quasi es nur in den Schultern spürst, aber nicht in deiner Brust, dann solltest du natürlich nicht eng drücken. Leute versteifen sich viel zu sehr auf eine richtige Technik. Es existiert quasi keine richtige Technik. Wir haben heute besprochen, wie du sogar mit einer falschen Technik deinen Trizeps besser belasten kannst, wenn das eben dein Ziel ist. Es ist immer super kontextabhängig und deswegen kann ich dir einfach nur das mit auf deinem Weg geben. Versuch erstmal ganz viel aus, probier herum, experimentier herum und dann findest du auch für dich die beste Technik, mit der du die größten, besten, wildesten Erfolge verzeichnen kannst. Und damit Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren, Glocke anmachen und wir sehen uns im nächsten Video.